Wir haben jetzt vier glückliche Gewinner für unseren Wettbewerb und das sind der M9 Chris, der Powergräber, der CSA 12345 und der Max Depardin. Die Score-Ergebnisse könnt ihr dann am Ende vom Video sehen, weil wir noch ein Bild reinstellen. Das Revier ist Waldeboa und das Ziel sind Rotfüchse. Unter 10 Meter mit einem Bogen zum Schießen. Nicht mit einer Armbrust, sondern mit irgendeinem Bogen. Ja. Ja genau, der schwerste Fuchs gewinnt. Ja und von Samstag 0 Uhr bis Sonntag 23 Uhr 59. Genau und alle Einsendungen, die davor oder danach kommen, werden nicht mehr in die Wettbewerb aufgenommen. Ja. Das war's dann eigentlich schon wieder. Wir wünschen unseren vier Teilnehmern für den Erfolg. Ja so, ja. Und ich bin schon gespannt, wann das gewinnen wird. Ja, ich auch. Und alle Bilder sind halt wieder an diese E-Mail-Adresse zum Senden. Genau. Ja, das war's dann eigentlich. Und dann würde man sagen, bis zum nächsten Mal. So ist es. Sehe ich auch so. Dann wünsche ich euch allen Wettbewerb und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020